Hallöchen und herzlich willkommen zur 54. Folge von Spacehaven Alpha 16. Ja, es war viel los, äh, Kerbel Space Program 2 ist rausgekommen, ich hab das auch gestreamt, deswegen kamen zusätzliche Folgen auf YouTube raus, aber jetzt nehm ich mal wieder ne Spacehaven Folge auf. Ich weiß noch nicht, wann der nächste Stream ist mit Spacehaven, aber, äh, ich freu mich und ich hab auch Bock drauf, besonders weil jetzt gerade auch Spacehaven Alpha 17 angekündigt wurde, was mich sehr, sehr freut, dass im Mai, Juni 2023 rauskommen soll mit Weltraumjägern, die so aussehen wie die Starfuries von Babylon 5, ich find's total großartig, kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das implementiert wird, ähm, und es soll ne zweite Feindesfraktion geben, also nicht nur Aliens, sondern auch Roboter, die Leute gefangen nehmen können und so, äh, ich find's geil, aber, ja, ähm, Anfang des Sommers soll's rauskommen, keine Ahnung, ähm, ich werd's dann natürlich auch wieder spielen, äh, ich kann's mir überhaupt noch nicht vorstellen, aber ich bin sehr gespannt, bisher hat mich noch keins der Updates von den Alpha-Sachen enttäuscht und schließlich mach ich das schon seit Alpha 13. Ich finde, das ist schon eine ganz schön lange Strecke. So, erstmal hier, wir müssen hier noch ein bisschen Schiff auseinanderbauen, ich lass das mal auf einfacher Geschwindigkeit, das ist nämlich mal ne großartige Sache, äh, endlich mal die Bewaffnung von unseren Leuten durchzugehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, Mahai ist auf 4 und wird auch nicht höher kommen. Oh, Technologie erforscht, wir haben einen Scanner erforscht, sehr schön. Äh, haben wir denn jetzt jemanden eigentlich mit Medizin, äh, 5, der Dinge vornehmen kann, der Operationen vornehmen kann? Äh, nee, ich glaube, warte mal, wir hatten doch Medizin, Medizin, Zioge, was hat Zioge? Zioge hat Medizin, 5 und ein bisschen, das heißt, wir können noch keine, wir können noch keine Verbesserungen vornehmen, okay. Aber Mahai ist erster Kandidat erstmal, äh, für Verbesserungen an den Waffen, also, äh, das ist super. Night Dragoon ist auf 5 und ist richtig bewaffnet. Arme Kuni hat eine richtige Waffe, sehr gut. Rudi von S, äh, hat ein Plasma-Gewehr, sehr gut. Byte-Welt ist auf dem Weg zur 5, super, Fock-Affe, 3 und das wird nicht mehr, Geflügelschere, 4 auf dem Weg zur 5, super, Zioge, 3, gut. Brian, 2 und ein bisschen, Diana, 5 und ist bereits gut ausgerichtet. Richard, 2, okay, und Humpa-Lucky, 2 mit Luft nach oben, alles klar. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich keine weitere Ausrüstung machen. Ich bin schon zufrieden, wie wir das hier haben. Ich würde mal hier hinten noch ein bisschen Rumpferweiterung in Auftrag geben, weil wenn wir irgendwo, ähm, na wobei, eigentlich macht es wenig Sinn, hier hinten noch Schilde oder Waffen hinzusetzen. Wir sollten an irgendeiner Stelle, äh, wahrscheinlich hier vorne ein weiteres Cluster nehmen für, also einen weiteren Bereich ausweisen, wo wir so etwas machen wie, äh, noch zusätzliche Schilde oder sowas. Da würde ich nämlich hier vor, ich würde das vor die Shuttle-Hangars machen, stimmt. Ich mache mal hier Rumpferweiterung, wir machen mal hier so ein bisschen Freiraum und, äh, bauen das mal aus und ziehen hier Wände ein und so weiter und so fort. Dann gucken wir, wie wir hier weitermachen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir es machen. Jetzt kann ich mal die Geschwindigkeit auf schnell stellen, weil gleich müssten wir auch mit dem Schiff da drüben durch sein. So, ich mache schon wieder langsam, ne? Aber das ist meine, das ist meine Angewohnheit. Ich kann da nichts für. So, hier eine Wand, da, ähm, ja, und das hier lasse ich erstmal so offen, glaube ich. Ähm, ja, wobei, auf jeden Fall könnten wir eine Tür hier hin machen, dass man hier reingehen könnte. Das ist, glaube ich, ganz schlau, das zu tun. Und dann nehmen wir dieses Wanddingen hier, bewegen das an diese Wand. Sehr schön. Und dann könnten wir hier noch eine Wand hinziehen. Ähm, ja, müssen wir aber noch nicht. Und dann können hier Schilde hin, zusammen mit einem kleinen, äh, Stromknoten. Stromknoten, also kleiner Stromknoten, der kann mal, der kann hier hinten in die Ecke rein. Jawohl. Und, äh, ja, wir brauchen auch noch mal ein paar, so, diese Wand können wir demontieren. Und dann können wir hier eigentlich zumachen. Äh, ein, zwei, eins, zwei. Ah, sehr gut. Dann könnten wir hier auch noch eine, eine Tür hin machen. Das mache ich jetzt mal gerade. Äh, zack. Und dann machen wir hier ein Wandfenster hin. Und zack und zack. Und gut ist. Dann haben wir hier einen Bereich für noch ein Schild und wahrscheinlich ein Geschütz. Irgendwie sowas. Dann haben wir hier hinten so ein Cluster von Waffen und Schilden. Da ein Cluster von Waffen und Schilden. Und hier vorne geht da noch eins hin. Jetzt haben wir noch sieben Systempunkte. Das heißt, wir können hier noch ein paar Waffen hinzaubern. Und dann haben wir das aufgeteilt auf so einen kleinen Stromknoten. Ich glaube, das macht ganz schön Sinn. So, äh, wir sind noch nicht fertig mit, äh, mit dem Schiff. Jetzt sind wir fertig. Sehr schön. Und dann springen wir mal weiter. Ich glaube, wir sind noch nicht in der Verfassung, dass wir einen, äh, ähm, dass wir eine Schlacht aufnehmen. Ich glaube, ich fühle mich erst, also vielleicht ein, zwei kleine Schiffe kriegen wir hin. Ähm, hier, da ist ein Sklavenhändlerschliff. Und ich glaube, also von dem Symbol her ist es ein sehr großes. Da würde ich mich noch nicht auf eine Konfrontation einlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das Schiff einfach ausschlachten wollen. Ähm, ich springe erst mal hier runter und gucke, was die da, also hier haben wir noch ein Schiff zum Ausschlachten. Und da hätten wir noch eins. Ich glaube, ich möchte eher einfach nur das da, ähm, das da nehmen, weil da ist auch noch ein bisschen Ressourcen und da dieses System, wo keine Ressourcen sind, erst mal links liegen lassen. Ah, ein Schluck Kaffee war das gerade. Muss auch mal sein. Ähm, ja, oder nehme ich das noch schnell mit, weil wir hier einen Handelspartner haben? Ähm, ja, jedes Training ist gut für meine, äh, Schützen würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Ja, jedes Training ist gut. Dann haben wir hier so ein kleines Schiff, das nehmen wir auch auseinander und da würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall, ähm, Away Team 3. Oh, Away Team 3 habe ich noch nicht definiert. Also einmal hier Brian, Diana, Richard, Humpalacki, ihr seid Away Team 3. Flupp, jawohl. Einmal Direktbefehl und einmal hier einsteigen. Und, Away Team 2. Direktbefehl, einsteigen. Die können alle noch was lernen. Bei 1 sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Mahai braucht quasi noch ein bisschen, äh, chirurgische Beihilfe demnächst. So, wieder mit 2, oh, neue Mission verfügbar. Auf, dann machen wir mal kurz Pause. Das könnte nämlich, äh, Loks bergen. Jawohl, wir müssen auf diesem Schiff hier Loks bergen und wir nehmen dafür, äh, Chemierohstoffe. Wir haben 35 Chemierohstoffe. Wir nehmen dafür die fertigen Blöcke. Also die Weichblöcke sind mir egal, aber 2 Energieblöcke und 2 Techblöcke ist super. Das nehmen wir. Und dann, äh, weil wir eh auf dem Weg sind, hier reinzugehen, gehen wir mal hier rein. So, wir docken hier hinten am Schiff an und gucken, was hier für uns die Sache bereithält. Also, einmal raus und natürlich haben wir hier eine Infektion. Das ist erstmal ein gutes Schießtraining für die Leute hier. Jawohl. Und tatsächlich können wir wirklich mal noch ein paar, äh, noch ein paar Leute gebrauchen. Ich hoffe, dass wir hier auf dem Schiff vielleicht noch jemanden finden, der sich der Crew anschließen möchte. So, wir gehen mal da rein und ihr könnt schon mal hier reingehen und werdet mal dieses Lok hier bergen. So, oh, und da haben wir auch direkt, das war das Richtige, das, äh, dann haben wir hier direkt die Belohnung für bekommen. Das ist super. Und dann gehen wir mal direkt hier weiter. Oh, und hier liegen, hier liegt genug Zeug rum. Das sieht gut aus. Und ich glaube, das sind die letzten Aliens. Das ist ja kein großes Schiff. Und dann nehmen wir das hier noch auseinander und gucken nochmal, was sich hier noch so verbirgt. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier ein neues Besatzungsmitglied hätten. Und traurigerweise ist das nicht der Fall. Sehr, sehr schade. Also einmal alles hier auseinandernehmen, alles auswählen. Oh Mann, da ist nicht viel drauf. Aber wir nehmen da alles mögliche auseinander. Und hier gucken wir mal, was können wir an Handel treiben. Zahlst du uns keinen guter Preis für Biomasse, aber auch keinen guter Preis für Gewebe. Das ist fast schon irritierend, würde ich sagen. Gepanzerte Westen, die möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Dödel, dödel, dödel. Was haben wir? Oh, wir haben kaum noch Edelmetalle. Verkaufen möchte ich eigentlich, oh, wir können Wurzelgemüse verkaufen. Zwar auch nicht zu einem super Preis, aber raushauen können wir es mal. Die haben, haben wir noch Kohlenstoff? Wir haben genug Kohlenstoff. Okay, wir hauen das an sie raus. Wurzelgemüse. Davon haben wir sehr viel. Und das war es, was wir handeln mit den Zivilisten. Und dann bauen wir dieses Ding hier auseinander. Ja, das ist doch super. Dann machen wir mal auf schnell. Und ich kümmere mich hier hinten um den Bau der Bewaffnung, die ich im Sinn hatte. So. Äh, Systeme. Einmal noch ein Schildgenerator. So. Oh, und da ist jetzt nicht mehr wirklich viel Platz, wenn wir hier noch ein Geschütz hinbauen. Dann ist nur noch in der Mitte Platz, sehe ich gerade. Ja, okay. Äh, vielleicht hätte ich hier noch... Genau, ich mach das mal gerade. Äh, ich mach mal gerade hier so eine Wand dahin. Genau. Sehr schön. Das hier. Dann können wir den hier schon mal bewegen. Und der soll dann einfach mal nach da. Jawohl. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Platz. Weil ich möchte da gerne mehrere Durchgänge haben. Dann... Oh, hier kann dann auch nochmal eine Wand hin. Sehr gut. So, und dann können wir nämlich hier noch einen Geschützturm hinstellen, wenn diese... Ne, das wollt ihr nicht. Wenn dieses Ding hier verschwunden ist, dann ist da ein Durchgang... Dann können wir hier einen Durchgang lassen und hier hinten auch nochmal einen Durchgang. Weil so ein großer Geschützturm ist 3x3. Und dann können wir hier irgendwo an die Seite, wahrscheinlich da oben, auch nochmal... Genau, das mach ich jetzt auch mal. Lagerung. Äh, wo hab ich's denn? Lagerung. Dann können wir da oben nämlich... Einfach mal so noch ein Lager hinstellen für Energiezellen. Und dann kommt hier nämlich, äh, auf jeden Fall ein Energiegeschützturm hin. So, mit ein bisschen Platz. Und dann brauchen wir noch Lebenserhaltung und hier mal so ein Temperaturregulator. Und da oben, hier, kommen Energiezellen rein für diese Waffen. Und dann können wir eigentlich hier um die Ecke, äh, noch ein kleines Autogeschütz stellen. So, und das Feld der Stromversorgung ziehen wir mal so ein bisschen rein. Dann können wir hier auch noch, äh, sowas hinstellen. Dieses Ding hier möchte ich nochmal bewegen, und zwar hier hin. Dann kann ich hier in die Ecke... Ah, kann ich eigentlich kein Autogeschütz stellen, sehe ich gerade. Ah, aber doch, ich kann die Wände ein bisschen umziehen. Ja, 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 das mache ich. Ich ziehe das hier alles ein bisschen zur Seite. Nämlich hier habe ich noch ein bisschen Platz gelassen, aber das brauche ich alles nicht. Ich nehme diese Tür hier, bewege sie einen nach vorne. Jawohl, ich nehme diese Wand hier, bewege sie und setze sie da hin. Ich nehme diese Wand hier, bewege sie und setze sie einen nach vorne. Jawohl, und dann setze ich hier noch eine Wand hin. Dann haben wir hier eine Nische gebaut, und da kann noch ein Autogeschütz rein. Das ist dann immer noch in der Stromversorgung von dem hier. Jawohl, sehr schön. Gut. Ihr werdet das gleich sehen. Ich mache mal auf schnell, damit man das sieht, dass ich hier so eine Nische gebaut habe. Und dann kommt so ein kleines Autogeschütz. Wir haben noch drei Systempunkte, das heißt ein Schild oder ein Auto oder ein Geschütz. Und hier in diese Lücke kann dann eins von den kleinen Geschützen, also hier so ein Autogeschütz, bequem rein. Zack. Und Scanner würde ich dann eher auf mein zweites Schiff, was ich noch einrichten werde, in irgendeiner Form draufsetzen. Genau. Ja, und die Stromversorgung ist da oben in der Ecke. Wir könnten hier, so da haben wir das fertig gebaut, regeln, alle auswählen, alle verbieten, bis auf Ödel, 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 da. Bis auf Energiezellen. Nee, nicht alle hierher, sondern mindestens 10. Genau. Hab mal mindestens 10. Und ich glaube, wir müssen dafür dann auch bei, nee, bei Optronikhersteller Energiezellen 24. Das ist fast ein bisschen wenig. Energiezellen, falls weniger als 32. Stell Energiezellen her. Jawohl. So, und das Schiff ist auseinandergebaut. Jawohl. Dann können wir direkt weiterspringen. Das heißt, wir haben da auch unsere Waffen hingebaut. Da fehlen uns noch ein paar Blöcke, die noch hergestellt werden müssen für die nächste Bewaffnung. Aber wir erkunden weiter. Äh, okay. Da sind Piraten. Da wollte ich gerade voreilig hinspringen. Äh, diese Systeme hier hätten wir noch im Angebot, wo wir uns Dinge holen können. Und ich glaube, mit dem Piraten hatten wir schon zu tun. Das waren, äh, drei kleine Schiffe und die waren auch doof bewaffnet. Da haben wir, okay, und da oben ist wieder das, äh, fette, ähm, das fette Sklavenhändler-Schiff. Und wir gehen jetzt hier rein, bauen hier Ressourcen ab und gucken mal, was uns auf dem kleinen Schiff hier erwartet. So, und da würde ich wieder nehmen unser drittes Away-Team, das ein bisschen trainiert werden muss. Und unser zweites Away-Team, was, äh, durchaus von etwas Training profitieren kann, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, und dann gehen wir mal, ja, gehen wir mal, gehen wir von oben rein? Ne, wir gehen von der Seite rein. Und ihr, seid ihr schon alle eingestiegen? Jawohl, andocken und ihr setzt euch mal da rein. Sehr gut. Und in der Zwischenzeit können wir auch schon mal alles, was wir hier haben, auseinandernehmen. Jawohl. So, und einmal aussteigen und einmal aussteigen und da haben wir direkt Lloyds. So, einmal hier rüber, schweben, die Damen, die Herren und wild auf alles ballern. Das sieht schon mal gut aus und da, ah ne, da liegt nur ein Gegenstand, okay. Oder was heißt nur? Da ist halt ein Gegenstand, okay. Von da kommen jetzt auch noch mal Leute angekrabbelt. Sehr gut, die haben wir jetzt alle beseitigt. Hier ist noch ein Spawner, das heißt, den möchte ich, wenn wir das schon mal sehen, so, auf diese Art und Weise, den möchte ich direkt kaputt machen. Äh, hier gibt's nirgends wo einen Durchgang. Wir lassen die mal, wir lassen die mal alle auf uns zukommen, die Kriecher und so weiter und so fort, hier hinten durch die Tür. Die sehen uns ja alle. Dann haben wir hier eine schöne Shooting Gallery und wenn da jetzt das Teil hier auf uns zukommt, vielleicht kriegen wir es jetzt sogar abgeballert, bevor es auf uns zuge... Ne. Da haben wir noch nicht genug Reaktionszeit für, würde ich fast sagen. So, dann gehen wir mal einfach direkt mit alle Mann hier rein und das werden wir schon hinkriegen. So. Und, äh... Oh. Hallo, Leute. Da kriegen wir ganz schön auf den Sack. Und jemand... Humperlucky hat's nicht ganz geschafft. Okay, äh, den müssen wir jetzt hier, äh, bergen. Denn, ich glaube, wir haben fast alle geschafft. Hier fehlt nur noch ein Ei, da hinten, genau. Und, äh, ja, ähm, einige sehen ganz schön mitgenommen aus. Das sind unter anderem, äh, Richard. Richard, du hebst mal den Kollegen auf und du gehst dann mit hier rüber in das Shuttle. Und ich wähle die anderen sechs aus und die erkunden weiter das famaledeite Raumschiff. Und wir gucken mal, ob wir noch irgendwen finden. Vornehmlich auch gerne ein neues Crewmitglied. Hier ist der Maschinenraum, ganz offensichtlich. Dann gehen wir mal hier hinten durch. Ich glaube, wir haben hier nicht noch irgendeinen Alien übersehen. Sauerstoff ist noch halb voll. Das ist sehr schön. Aber ich sehe auch niemanden, der an der Wand hängt oder solche Scherze. Okay, das ist die Krankenstation. Gucken wir mal, ob hier vorne in dem Kopf noch jemand ist. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall. Kein neues Crewmitglied. Wie schade. So, hier sind die Verletzten im Shuttle. Sehr gut. Dieses Schiff bitte einmal auseinandernehmen. Keine bösen Buben kommen zu uns ins System gesprungen. Wir können hier alles ausbeuten. Das einzige, was kommt, ist Handelsföderation, mit denen wir Handel treiben werden. Sehr gut. So, dann baut hier mal schön Sachen auseinander. Und bringt Schrott an Bord, dass wir wieder Blöcke haben. Wir sind 43 Hüllenblöcke. Also, ja. Wir müssen noch ein paar Energieblöcke wieder herstellen. Und da haben wir die Handelsföderation. Dann gucken wir mal. Hallöchen. Mission. Keine Mission. Okay. Mit euch Handel treiben. Kein guter Preis für Biomasse, aber ein guter Preis für Gewebe. Einmal 10 Gewebe. Habt ihr etwas, was ich haben will? Ich nehme euch mal euer Energium ab. Also, auf jeden Fall von dem einen Schiff. Und bei dem anderen gucken wir mal. Auch kein guter Preis für Biomasse. Kein guter Preis für Gewebe. Das überrascht mich ein klein bisschen. Wir können mal gerade so 5 Weichblöcke verkaufen. Und nicht wirklich viel. Was habt ihr? Irgendetwas, was ich haben will? Kohlenstoff ist auch nicht so wahnsinnig verlockend. Dann verkaufe ich euch nur die 5 Weichblöcke. Und das war's. Wir haben zwar genug Geld, aber kein Grund, irgendwie einen mittelmäßig guten Handel zu machen. Wir haben keine Geldsorgen und wir haben nichts, was wir dringend von denen haben wollen. Also, einmal alles auf schnell. Hier hinten werden Sachen abgeerntet. Wir gucken mal, unsere Bohrer in der Erzverwertung sind längst noch nicht alle gefüllt. Das heißt, die können auch mal ruhig alle gefüllt werden. Unser Geschütz ist noch nicht gebaut. Wir haben dann noch zwei Systempunkte. Ich glaube, noch ein weiteres Schild wäre nicht schlecht. Und dann wird es langsam an der Zeit, dass wir über ein zweites Schiff nachdenken. Aber ich fürchte, wir sind im Moment noch zu wenige. Wir sind im Moment noch zu wenige. Wie sieht's bei CIOge mit der Medizin aus? Okay, 5. Ach, der muss noch ein paar Behandlungssachen machen. Und dann können wir endlich uns der Argumentation widmen. Was ist hier los? Achso, da war ein logistisches Problem, das sich jetzt auch schon wieder erledigt hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier hinten könnten wir eigentlich mal, wo ich das gerade so sehe, wir könnten die Küche eigentlich mal größer machen. Wir könnten mal, weil dieser Raum hier muss wirklich nicht so groß sein. Wir könnten mal sagen, diese Wand bewegen wir nach da. Dieses hier demontieren wir. Den hier lassen wir erstmal da stehen. Diese Tür hier bewegen wir nach da. Jawohl. Dann bauen wir hier noch eine Tür hin. Wand. Tür. Ja, so. Da bauen wir noch eine Tür hin. Und dann kommt hier noch eine Wand hin. Und wenn da das Bild ab ist, dann machen wir da noch eine Wand hin. Und dann könnte der Arcade-Automat einfach auch mal hier hin umziehen. Bewegen. Dahin. Jawohl. Dann kann dieser, diese Fußleuchte kann mal nach da. So. Und wieder schnell. Dann bauen wir hier hinten noch, geben wir der Küche noch ein klein wenig mehr Raum. Und hier könnten wir auch noch diese Lücke schließen. Und da auch noch eine Wand hin, äh, einen Weg hin machen. Irgendwie sowas. Ja, das sollten wir tun. Auf jeden Fall. Ähm. Und ich sehe gerade. Okay. Und die Schiffe haben den Sektor verlassen. Und ich sehe gerade. Wir hatten ja beim letzten Mal auch diverseste Feuer. Und, äh, etwas was uns gut zu Gesicht stehen würde, wäre. Hier oben haben wir einen Raumanzugspind. Hier hinten. Bei den, äh, entweder hier. Ne, da. Ach so. Hier haben wir schon einen Raumanzugspind. Das heißt, das reicht eigentlich. Und da haben wir einen Raumanzugspind. Ah, ich ziehe alles zurück. Alles gut. Äh, eventuell könnten wir hier einen haben wollen. Aber, äh, Raumanzüge kann man sich auch überall aus den Luftschleusen bei den Hangaren holen. Also ist das alles nicht so wild. So. Wie sieht es da aus? Okay. Diese Wand hier ist frei. Die können wir dann jetzt endlich dahin bewegen. Jawohl. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Freiraum. Und könnten hier auch noch eine Bank hinsetzen. Ja. Äh, äh, das machen wir mal mit Einrichtung. So ein kleines Sofa gegenüber von dem Ding. Jawohl. Ja, und dann ist genug Platz zum Sitzen, Schnacken, äh, und Dinge tun. Das ist eine etwas langgezogene, äh, Küche. Die könnte man auch ein bisschen größer gestalten. Habe ich jetzt aber nicht. So. Wie sieht es aus? Äh, da sind wir schon fertig. Jetzt warten wir noch darauf, dass hier, äh, Leute in unser System reingesprungen kommen. Und wir gucken mal, was wir mit denen handeln können. Kein guter Preis für Biomasse. Kein guter Preis für Gewebe von dem kleinen Schiff. Haben die was, was ich haben will. Ich glaube, die, die haben diese Metalle. Äh, Edelmetalle. Da haben wir nicht mehr so viel. Da haben wir gar keine mehr von. Ui, 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 ui. Ähm. Und wir verkaufen ihnen mal. Was verkaufen wir ihnen denn mal? Wir geben einfach das Geld aus. So. Bei den nächsten gucken wir mal. Die haben gar nichts, was wir kaufen wollen. Die wollen uns einen guten Preis für Gewebe geben. Dann nehmen wir das Geld mit. Dann sind wir schon wieder im Netto Plus, können wir mal sagen. Und hier haben wir auch nichts, was wir dringend bräuchten. Äh, wieder ein guter Preis für Gewebe. Aber leider nicht für Biomasse. Dann verkaufen wir nochmal Gewebe. Und dann haben wir es, glaube ich. Jawohl. Ja, und die haben Missionen. Ein Sklaven befreien. So weit sind wir noch nicht. Dafür bräuchte zweites Schiff. Gar keine, gar keine Frage. Das ist, ähm, dafür bräuchte ich ein zweites Schiff. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil unsere Bewaffnung und unsere Schilde, also, es ist jetzt zwar alles aufgebaut und so. Ich weiß auch nicht, wo ich noch ein Geschütz hinsetzen soll. Das ist so ein bisschen unüberlegt. Wir könnten, das könnte ich hier hinsetzen. Okay, was ist, äh, Handelsföderation wieder? Mit denen habe ich doch eben Handel getrieben. Jaja, das sind dieselben wie eben. Wir schließen jetzt den Handel ab und dann springen wir aus diesem System raus. Und dann erkunden wir die andere Hälfte dieses Systems. Dieses Systemclusters. So, können wir eigentlich schon mal hier, wenn er, da ist der Handel abgeschlossen. Dann machen wir mal, äh, Antriebe aufladen. 8.200 ist unser Gewicht. Wir haben 9.600. Super. Und da kommen Piraten. Hm. Ich würde mal sagen, wir machen mal. Wir machen mal. Wir warten mal. Wir laden unseren Antrieb auf. Wir gehen auf Gefechtsstationen und wir lassen die Piraten mal kommen. Ich bin gespannt, was passiert. Es sind drei kleine Piratenschiffe. Die sind gut bewaffnet. Das habe ich noch irgendwie so im Hinterkopf. Wir waren noch nicht reif für diese Piraten. Ich glaube, wir sind es immer noch nicht. Aber deswegen laden wir auch schon unseren Antrieb auf. Wir wollen mal gucken. Wir wollen mal ein paar Schüsse austauschen. Und wir haben hier im System einfach noch fünf andere, die auf die Piraten auf jeden Fall auch draufballern werden. Also, Gefechtsmodus ist aktiviert. Die Piraten, Ankunftszeit in vier Stunden. Äh, okay. Ähm, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Und, ähm, fortsetzen. Entschuldigung, da wollte ich nicht draufklicken. André, du musst dich nicht bei UI entschuldigen. Meine Fresse. So, wir haben unsere Antriebe aufgeladen. Unsere Waffen sind aufgeladen. Äh, hoffentlich springt ihr nicht weg. Lieberes Androiden-Kollektiv. Und, scheiße. Da sind sie weggesprungen. Das heißt, wir sind jetzt alleine. Und da sind die Piraten mit... Äh, ja. Okay, sie haben wenig Schilde. Aber sie haben jeweils sechs Autokanonen. Die können uns schon gewaltig wehtun. Die können gewaltig unsere, äh, äh, können wirklich gewaltig, äh, Zeug bei uns wegballern. Dann fangen wir doch mal hier ganz links an. Einmal hier volle Möhre auf diese Kanonen mit allem, was wir haben. Und dann gucken wir auch mal, ob unser Strom reicht. Weil ich fürchte fast, wir müssen, äh, dafür noch ein paar Generatoren bauen, damit das auch gut ist. Damit wir volle Kanne ballern können. Wir gucken uns das mal an. Oh, ne. Das, äh, sieht im Moment noch gut aus. So, und jetzt schießen auch alle auf uns. Wir kriegen... Oh ja, das geht aber sehr, sehr fix mit unseren Schilden. Okay, die hier haben schon gar keine Schilde mehr. Wir sind bei Hälfte der Schilde. Aber wir laden auch wieder auf. Okay, und die haben jetzt auch schnell wieder aufgeladen. Können wir wenigstens ein paar von den Geschütztürmen zerstören? Oder einen wenigstens? Ne. Und da sind unsere Schilde schon weg und wir nehmen Höhlentreffer. Ähm, ja, wir springen aus der Geschichte raus. Meine Fresse. Ähm, ja, Schiff zu Schiffkampf. Mein Gott, wie wird das erst in Alpha, äh, in Alpha 17, wenn wir Jäger haben? Also, dann wird es ja wahrscheinlich richtig spaßig. Okay. Wir springen hier in das Hauptsystem. Wir haben noch sieben Sprünge. Äh, und da kommen Sklavenhändler. Wir haben noch sieben Sprünge. Dann machen wir doch mal hier unten in dem System kurz Stopp. Und sammeln uns hier wieder und sammeln hier die Ressourcen ein. Und gucken mal. Hier haben wir auch keine Sirenenwelt oder irgendwie so eine Scherze. Also, einmal, äh, das hier einsammeln. Und einmal die unedlen Erze einsammeln. Sehr gut. So, und dann können wir mal, äh, hier wieder alles auf Auto stellen. Ach Gott. Ja, wir haben ganz schön einen mitgekriegt. Und, äh, unser Strom hat nicht ganz gereicht. Also, äh, wenn wir unter Vollattacke stehen, dann reichen hier die beiden X3-Generatoren auch leicht, auch so gerade nicht aus, würde ich sagen. Jetzt steht unser, das, dieses Geschützding natürlich voll im Weg. Wir könnten hier noch einen Generator hinsetzen. Oder vielleicht hier drüben eigentlich. Ah. Da mache ich mir mal Gedanken, da mache ich mir noch mal einen anderen Mal Gedanken drüber. Jetzt, äh, bauen wir mal schnell hier diese Sachen ab, würde ich sagen. Und ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Ich glaube, oh, Mikrometeoriden-Einschlag bevorstehen, das ist nicht so schlimm. Wir haben Schilde, die auch schon wieder fast aufgeladen sind. Sehr gut. Ja, äh, weiter geht's mit der Erforschung der anderen Seite dieses Systems in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst einen Like da. Schreibt gerne auch einen Kommentar, wie euch das gefällt. Mit den YouTube-Folgen für Spacehaven. Irgendwie komme ich nicht oft genug da zum Streamen. Mich würde interessieren, ob euch das tatsächlich gefällt, der Stil, wie ich YouTube-Videos aufnehme. Ich streame ja größtenteils nur. Und ein reines Let's Play für YouTube habe ich eigentlich noch nie komplett gemacht. Da wäre ich für Feedback sehr dankbar. Besonders, wenn es hier um Spacehaven geht. Ja, und ansonsten überlegt vielleicht den Kanal zu abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Aber selbst wenn er es alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.